Das Mid-Set Update von TFT ist nun endlich da und daher gibt es heute, wie im Titel auch schon beschrieben, alles was ihr zu dem Mid-Set Update wissen müsst, in nur unter 10 Minuten. Bedeutet allerdings auch, dass wir nicht auf die ganzen Zahlen und Balance Changes von den bereits bestehenden Trades eingehen. Für die starken Metacomps wird es dafür nächste Woche wieder die TFT Trends geben. Aktiviert also die Glocke, wenn ihr die nicht verpassen wollt. Fangen wir also erstmal mit den entfernten Trades an, die es nun also ab sofort nicht mehr gibt und diese sind Moonlight, Dusk, Hunter, Dazzler, Tormented und Shade. Und dem mit einhergehend sind eben auch alle Units, die einen von diesen Trades hatten, nicht mehr mit dabei. Sprich Lysandra, Nami, Wayne, Aphelios, Hecarim, Sylas, Thrash, Evelyn, Jinx, Xingzau, Lux, Ari, Cassopayer, Jin, Riven, Warwick, Ezreal, Kane und Lilia sind nun nicht mehr dabei. Allerdings gibt es dabei vier Ausnahmen, die ich nicht mit aufgezählt habe. Denn Zett, Kindred, Diana und Morgana sind trotzdem geblieben. Sie haben eben nun den Trade ersetzt bekommen mit einem neuen Trade. Und die neuen Trades sind dabei im Übrigen Fabled, Executioner, Slayer, Siphoner, Dragon Soul und die beiden neuen Legendary Trades Daredevil und Blacksmith. Und auf diese Trades wollen wir jetzt auch schon direkt eingehen. Die Fabled Units bekommen nämlich eine verbesserte Ultimate, insofern ihr alle drei auf dem Board habt und bekommen damit einfach einen besonderen Effekt. Auf den besonderen Effekt werden wir dann noch drauf eingehen, sobald wir auf die Units drauf eingehen. Executioners kritten, wenn die Gegner unter 33, 66 oder 99% Leben haben. Slayer bekommen umso mehr Lifestyle, desto weniger Leben sie haben und verursachen mehr Schaden, desto weniger Leben ihr Ziel hat. Das Ganze skaliert bei drei Units von 15 bis 30% aktuell und bei sechs Units von 25 bis 50%. Der Siphoner Trade heilt eure Units und ähnlich wie beim alten Dusk Trade gilt dieser Trade eben für alle Units auf eurem Board. Das heißt, eure Units heilen sich prozentual für den Schaden, den sie verursachen, nur eure Siphoner selbst heilen sich nochmal mehr. Der Dragon Soul Trade verleiht euren Dragon Soul Units, die im Kampf als erstes angegriffen werden, einen Buff, der ihnen Spellpower und Attack Speed gibt und wenn sie sterben, sie an die nächste Dragon Soul Unit weitergeben. Bei drei Dragon Soul Units ist es ein Blessing, den ihr bekommt, bei sechs sind es drei und bei neun sind es sechs Buffs, die ihr insgesamt bekommt. Und damit kommen wir auch schon zu den Legendary Traits. Der Devil ist nämlich der Trade von Samira, welcher sie nach jedem Angriff dashen lässt und mit jedem Dash einen Schild bekommt und zusätzlich noch zwei Schüsse abgibt, welche ihr Style geben. Und wenn sie dabei ihren Style sechsmal verbessert hat, ultert sie. Und Blacksmith ist der Trade von Ornn, welcher nach vier, drei oder nach jeder Runde euch ein besonderes Artifakt craftet, welches ihr wie ein Item Units vergeben könnt, aber dafür im Vergleich sehr, sehr stark ist. Damit kommen wir also auch schon zu den neuen Units, welche Nasus, Tristana, Brand, Wladimir, Braum, Rakan, Nautilus, Sivir, Shyvanna, Darius, Niko, Kale, Olaf, Aurelion, Xayah, Chogart, Tründermere, Swain und eben Samira und Ornn sind. Und viele davon sind auch eher alte Bekannte, da sie schon mal dabei waren. Nichtsdestotrotz wollen wir auf alle Ultimates jetzt eingehen. Nasus macht mit seiner Ultimate Damage over time und reduziert den Attack und Movement Speed um 50%. Tristana bekommt einfach Attack Speed und verursacht Bonus Magic Damage für drei Sekunden. Brand verursacht Schaden und Stunt die Gegner, indem er sie anzündet. Wladimir verursacht auch Schaden an seinem Ziel, heilt aber dafür auch noch gleichzeitig seine nahen Verbündeten um 40% des verursachten Schadens. Braum bekommt wieder ein Schild und reduziert den Schaden, den er von dieser Richtung bekommt. Rakan dächt zu dem weit entferntesten Gegner in seiner Attack Range und tauntet das Ziel, während er sich selbst schildet. Nautilus ist fabled und haut auch wieder seinen Anker in den Boden und knockt die Gegner ab, wodurch sie gestunt werden und natürlich Damage bekommen. Falls ihr hier Nautilus doch mit dem Fable Buff spielen solltet, dann bekommt er noch zusätzlich ein Schild, der auch noch den Schaden verringert, den er bekommt. Zivir verleiht allen Verbündeten in der Nähe Attack Speed und bekommt selbst nochmal Bonus Attack Damage obendrauf. Und Shyvenna verwandelt sich in ihre Drachenform, bekommt Bonus Leben und Attack Damage, während sie gleichzeitig die Gegner aus der Ferne mit Feuer anspuckt und die Gegner ordentlich brennen lässt. Darius ist auch wieder dabei und dankt seine Gegner und verursacht ordentlich Damage. Und falls er sein Ziel tötet, kastet er nach wie vor gleich nochmal. Dieses Mal verursacht er allerdings jedes Mal, wenn er wieder ultet, 25% weniger Schaden und hat auch kein Execute Threshold mehr. Nico wirft ihre Saat, die explodiert und dreimal Schaden macht, wobei der Schaden deutlich erhöht ist, wenn er sie durch den Fable Buffed verbessert hat. Kay verursacht ganz schlicht mit ihren Autotecks einfach mehr Damage, wenn sie ultet. Und Olaf bekommt mit seiner Ultimate wieder Attack Speed, wird immun gegen Crowd Control und seine Angriffe machen kegelförmig vor ihm Schaden für den Rest des Kampfes, ähnlich wie im zweiten Set. Aurelion Soul lasert mit seiner Ultimate die Gegner in einer geraden Linie wieder vor sich weg und verursacht ordentlichen Schaden. Und markiert die Gegner noch gleichzeitig. Und wenn er die markierten Gegner ultet, macht er sogar noch 50% Bonus Damage. Zaya wird kurz unverwundbar mit ihrer Ultimate und wirft dann ihren Fächer aus Federn nach vorne und holt sie alle wieder zurück, wodurch sie sowohl auf dem Hin- als auch Rückweg Damage verursachen. Cho'Guard ist auch wieder mit dabei und er wirft mit seiner Ultimate die Gegner wieder in einem Kreis hoch und verursacht Schaden. Falls ihr Cho'Guard allerdings auch mit dem Fable Buff spielen solltet, wirft ihr diesmal sogar das gesamte Board hoch. Tründamear dreht sich durch die Gegner durch, verursacht Schaden und bekommt erhöhten Damage für seine nächsten drei Autotecks. Swain transformiert sich wieder in seine Drachenform und bekommt nicht nur mehr maximales Leben, sondern verursacht auch noch auf drei unterschiedliche Art und Weisen ordentlichen Schaden an den Units, die in seiner Nähe sind. Ornn ruft seinen Stier, der zu ihm rennt und sowohl Schaden macht, als auch den Attack Speed von allen Units reduziert, den er trifft und sobald er bei ihm angekommen ist, stößt er ihn wieder weg, um wieder Damage zu machen und die Gegner auch noch hochzuhauen. Und zu guter Letzt dreht sich Samira mit ihrer Ultimate, wird unaufhaltbar und bekommt 100% Dot Chance, heißt sie kann eigentlich nur noch von Abilities getroffen werden, während sie wild um sich herum schießt und verdammt viel Schaden macht. Und zu guter Letzt würde ich gerne nochmal auf zwei Systemänderungen eingehen, wobei die erste eher eine neue Mechanik ist, die ihr auch sicherlich in dem einen oder anderen Video schon mal gesehen habt, und zwar die Lucky Lantern. Diese kann nämlich nun in euren Spielen droppen und euch verschiedene neue Consumables, Items und auch Gold bringen. Und die zweite Systemänderung betrifft eben die Chosen Outs, also mit welcher Wahrscheinlichkeit ihr bei welchem Level eine Chosen Unit in den Shop bekommt. Und dort hat man sich nun eben dazu entschieden, auf Level 6 keine Tier 1 Chosen Units mehr zu bekommen, auf Level 8 keine Tier 2 Chosen Units mehr zu bekommen und auf Level 9 keine Tier 3 Chosen Units mehr zu bekommen. Das Ganze soll einfach ein bisschen mehr Konsistenz in das Spiel mit reinbringen, sprich, dass ihr zum Beispiel auf Level 9 nun auch ausschließlich Epics und Legendaries als Chosen Units bekommen könnt. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was besonders stark ist, was Meta ist, welche Coms einfach gut sind, um zu climben, wenn ihr direkt ins Rankage steigen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um die TFT-Trends nächste Woche nicht zu verpassen. Oder schaut euch einfach eins von den beiden Gameplay-Videos an, die ich euch gleich in der Endcard verlinken werde. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zocken, haut rein! Bis zum nächsten Mal!